Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeonfreunde zu Legend of Grimlock, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind wieder hier an gewohnter Stelle, nachdem wir uns ja ziemlich durchgekämpft haben durch das Stockwerk hier, die Engine Rooms und auch teilweise hier unten durch. Das hier sieht übrigens ziemlich interessant aus, wie so eine Art Verbindung zwischen den beiden. Und ja, auch hier hätten wir noch irgendwas wahrscheinlich, was wir uns ansehen könnten. Nur können wir weder da noch da gescheit runterfallen, um da reinzukommen. Vielleicht wahrscheinlich hier runter, weil da ist ja die Treppe nach unten. Gucken wir einfach mal. So, erstmal müssen wir wieder den gewohnten Weg gehen. Den, den wir zu sehr gewohnt sind, so oft wie wir hier langgekommen sind. Ja, hier höre ich die schon rumtrampeln, weil das ist genau die andere Seite. So, wieder hier durch. Weil einen anderen Weg gibt's ja nicht. Dich kriegen wir da ja noch nicht raus. Und wir müssen ja erst einmal wieder hier runter. Jo, jetzt sind wir wieder hier. Von da aus kommen wir nur nach hier überall. Das ist dann also relativ egal. Das ist jedoch nicht so egal. Aber hier können wir die Steine wieder mitnehmen. Das tat gerade weh. Weil ich noch auf der Druckplatte stand. Äh, weil ich noch auf der Fallgrube stand, besser gesagt. So, hier hätten wir wieder... Oh. Das ging jetzt einfach. Only the fall may pass. Das kennen wir ja schon alles. Ist nämlich genau dieselbe Geschichte. Vor allem, so. Und hier können wir hoch und er kriegt jetzt auch Hunger. Emergency Control Room. Okay. Das Spiel kennen wir ja. Ja, ganz so smooth. Autsch. Nicht ganz so smooth. Ähm. Au. Au. Das wiederum. Ist jetzt... Nicht so gut. Uff. Ich weiß natürlich mal wieder nicht, ob ich... von... ...da aus wieder raus kann. Du kriegst mal den Bogen wieder mit den Giftpfeilen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch etwas schaden. So. Oh. Wo ist sein Hunger hin? Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Okay, okay. Okay, wir können wieder raus. Komm ruhig her. Komm ruhig her. gut ist irgendwo noch so ein Viech? nein central control room gates cool abkürzung das heißt ich kann auch mal zurück und mich heilen es gibt halt nur den heilstein hier und ich bin falsch abgebogen oder? ja aber wenigstens habe ich das schon mal geschafft gut das hat hier aufgemacht aber nicht hier und den kann ich nicht mitnehmen gut ich habe gerade was aufgehen gehört aber wo? schriftrolle schriftrolle wartungsbericht wir können das tor jetzt nicht reparieren energieball bewegt sich zu schnell viele schalter verwirren uns ogre du musst schnell sein mensch sie rennen schnell wenn energieball sich bewegt macht das mitteltür auf geht und emergency control room also benutze den notfall kontrol raum und das hier ist der richtige also das da wurde von dem ogre geschrieben habe ich gerade irgendwo platz in irgendeinem sack nö das wurde von dem ogre ziemlich komisch geschrieben das hier ist jetzt der richtige report operations report also ja betriebs report halt wartungspersonal die maschinenraumtore haben eine fehlfunktion die flügelhebel und die hebel für die obere halle die für die hauptenergie für den hauptenergie transfer benötigt werden halten die nicht die korrekten tore gleichzeitig offen wir sind uns sicher dass der ost flügelhebel nicht mal funk im augenblick nicht mal funktioniert das hält unsere systeme von der vom betrieb ab genauso wie es uns davon abhält reines erz zu produzieren weiterhin hat die zentrale tor verbindung des maschinenraums weiterhin tut die zentrale kern zentrale tor verbindung zwischen maschinenraum und dem korps nicht sich nicht öffnen sofortige hilfe mit dieser situation ist benötigt der operations chief ja du gräbst da noch rum muss also irgendwie gucken wie ich in den emergency control room komme weil jetzt ist mir so gut wie alles zugänglich ohne dass ich stelle ich die stockwerke wechseln muss also auch hier drüben aber hier hat sich glaube ich nichts getan gehabt nein du bist auch immer noch dahin gesperrt das heißt ich muss zurück und dann in der hebeln rumspielen und ja die können ruhig erstmal alle hungern weil das hier ist ein rätsel und die eine krabbe kriege ich auch so tot so gucken wir mal so gucken wir mal ok ich habe hier drüben die krabbe raus gelassen das heißt ich sollte mich erstmal um die kümmern man bevor ich mich um was anderes kümmere so wie sieht es eigentlich so mit erfahrungspunkten aus hier hängt immer noch etwas hinterher die beiden sind weit vorne also No.